Willkommen bei Video Wissen. Mein Name ist Bernhard Müller. Ich bin Physiker, genauer gesagt Astrophysiker und ich bin derzeit Associate Professor an der Monash University in Melbourne, Australien. Also da gibt es viele Erfahrungen. Es hat bei mir, glaube ich, bei vielen Kindern angefangen mit Interesse an Fossilien, Dinosaurier, Ammoniten und irgendwann ist es dann übergegangen zum Blick auf den Himmel. Mich haben die frühen Sendungen mit der Maus inspiriert, darüber wie Materie aufgebaut ist, aus Atomen und solche Sachen. Viele frühe Besuche im Deutschen Museum. Und ja, diese Neugier für alles in der Natur, die hat sich eigentlich lang erhalten und dann verfestigt und ausgebaut zum professionellen Interesse. Ich habe studiert an der Technischen Universität München. Das Studium war Allgemeine Physik, hat sich das genannt. Und ich habe mich dann spezialisiert in theoretischer Astrophysik, habe dort am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching Diplomarbeit gemacht, daraufhin Doktorarbeit, war einige Zeit da noch als Postdoktorand tätig und bin dann irgendwann ins Ausland gewechselt, habe einige Stationen gehabt, schon in Australien, dann in Großbritannien und dann wieder in Australien, bis ich schließlich in meine jetzige Position gekommen bin an der Monash University. Ja, auch das geht schon in der Jugendzeit an. Also eines, was mich sehr bestärkt hat auf dem Weg, war mal die Teilnahme an Schüler experimentieren mit einem guten Schulfreund von mir. Auch damals habe ich schon an astrophysikalischen Themen gearbeitet, mit Planetenbahnen und Mondbahnen simuliert und, naja, in meiner professionellen Karriere, dann nach dem Studium und nach der Doktorarbeit, da gibt es viele einzelne Dinge, über die ich mich gefreut habe und die ich als Erfolge werten könnte. Aber besonders gefreut habe ich eigentlich immer Einladungen zu Konferenzen an interessanten Orten, in Amerika, in Japan, auf der ganzen Welt. Und wenn man da eingeladen wird, Wertschätzung empfängt und wenn man sieht, wie das Publikum sich freut über das, was man ihm in seinem Vortrag erzählen kann, das sind so große Erfolge. Und vielleicht vor allem auch noch als meine großen Erfolge, das sind meine Doktoranden, Doktorandinnen, die ich zum Abschluss gebracht habe. Also zu sehen, dass man sein Wissen an junge Leute weitergeben kann und die selber die Chance haben, in der Wissenschaft produktiv zu werden und kreative Sachen machen, das sind auch die großen Erfolge. Ja, die Herausforderung ist vor allem für mich gewesen, dass man sehr flexibel sein muss in der Wahl seines Arbeitsplatzes. Ich habe mittlerweile mehrere internationale, interkontinentale Umzüge hinter mir. Das heißt auch, dass man Kompromisse schließen muss, was das Familienleben anbelangt. Das ist eine große Herausforderung, wenn man in der universitären Forschung bleiben will. Ich glaube, aus meiner Erfahrung ist es wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ich habe aktuelle Projekte, die ein Forschungsprogramm fortsetzen, das ich eigentlich schon lange durchführe. Also meine Gruppe und ich, wir simulieren Explosionen von massereichen Sternen, sogenannte Supernova-Explosionen. Wir versuchen mehr und mehr genauer zu verstehen, was im Inneren von solchen Explosionen abläuft und zum Beispiel auch Signale für bestimmte Arten physikalischer Phänomene aus dem Inneren in Form von Gravitationswellen zu sehen oder vorherzusagen, die uns zum Beispiel ermöglichen zu verstehen, was die Zusammensetzung von Materie bei sehr hohen Dichten ist. Das ist ein aktuelles Projekt mit einer Doktorandin von mir. Ja, die Zukunft meiner Forschung. Wir hoffen immer darauf, dass wir noch leistungsstärkere, größere Superrechner bekommen. Und ich hoffe halt darauf, dass die Vorhersagen, die ich über Jahre hinweg mit meinen Computermodellen gemacht habe, irgendwann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten getestet werden können, wenn innerhalb unserer Milchstraße eine Supernova-Sternexplosion stattfindet. Und ich würde sehr darauf hoffen, im weiteren Verlauf meiner Karriere, dass wir so etwas irgendwann sehen können. Und wir würden dann einen ganz besonderen, umfassenden Blick auf dieses Phänomen kriegen. Wir würden mit Gravitationswellen, wir würden mit Neutrinos direkt in das Innere eines Sterns tief hinausschauen können. Nein, das wäre ein Jahrhundertereignis. Und das ist die große Hoffnung, wie sich meine Forschung in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickeln könnte. Aber da muss die Natur gnädig mit uns sein. Also der wichtigste Ratschlag ist meines Erachtens, sich immer die Neugier behalten, auch immer der eigenen Neugier folgen. Man muss in der Wissenschaft zwar Kompromisse einschließen oder auch, wenn man Industrieforschung macht, über was man tatsächlich zu forschen hat. Aber das Wichtige ist, dass man sich immer die eigene Neugier behält, auch immer selber nie verlernt, von ganz Anfang an mal zu gewissen Themen ganz eingehend nachzuforschen, sich einzulesen, in Lehrbüchern was Neues zu lernen, auch mal über ganz andere Themen, ob das jetzt in der Physik sei, in der Chemie, in der Biologie oder in der Technik. Das ist das, was das innere Feuer irgendwo am Leben erhält. Und das andere ist vielleicht noch, ja, immer auch das kritische Denken nicht zu verlernen. Man muss wissen, dass man mit seiner eigenen Erkenntnis seine Grenzen hat. Aber man sollte als Wissenschaftler unabhängig sein, seinen eigenen Kopf bewahren, selber überlegen, da kriegt man die kreativen Ideen, da kommen die großen Durchbrüche. Und sich das zu bewahren, das ist ein großer Ratschlag von mir. Und sich das zu bewahren, das ist ein großer Ratschlag von mir.